Hey Leute, wir haben zwar noch keine 10.000 Abos, aber ich glaube, mein Bruder will sie jetzt zeigen. Johannes? Ja. Willst du dich zahlen? Ja. Okay. Wir gehen jetzt für einmal zum Schindel. Genau. Wir kaufen sechs Schindel für die Kudasch verdammte Gula. Ja. Dann kann sie da rein von selber gehen, das blöd ist, er geht jetzt momentan nicht so gut. Ja. Aber ist ja egal, wo wir wählen. Ja, geil. Ja, genau. So, und wenn wir vom Schindel draußen sind, dann tue ich wieder mit euch meine Story machen. So Leute, wir sind jetzt aus dem Schindel herrassen. Ja. Jetzt geht es dann zur Kurzbrücke. Oh, mein Bruder rennt mich schon mal davon. Ja, eine Sorte. Bruder, angefangen, Johannes, bitte lauf mir nicht mal davon und jetzt geht es nach Hause. So, mein Bruder drückt jetzt die wunderschöne Ampel. Leute, ich wollte nur sagen, mein Bruder macht es vielleicht auch mal auf meiner, da kommt ein paar Videos hoch. Also nicht erschrecken, das auf einmal. Okay, Leute, bye.